Der Kunsthof ist für mich eine große Verbindung zur Innen- und Außenwelt. Hier lerne ich Leute kennen. Hier kenne ich Leute, die mich begleiten in meiner Zeit. Aber ich kann auch begleiten. Hier findet sich alles. Unabhängig von der Musik ist es eine ganz geile Sache. Es ist kunstvoll, es ist stilvoll, es ist heimisch, es ist schön. Es ist nicht nur heimisch, man ist einfach zu Hause. Und es ist ehrlich.